Ja, wir haben ja natürlich uns auch über die Situation insgesamt unterhalten und dabei ergibt sich, wir stehen ja im Moment in Deutschland vor drei wichtigen Landtagswahlen. Die eine ist an diesem Sonntag, die nächsten beiden sind im Mai, nämlich in Schleswig-Holstein zunächst und dann am 14. Mai hier in Nordrhein-Westfalen. Und da gibt es ja tatsächlich Richtungsentscheidungen, insbesondere in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen. Und eine der Richtungsentscheidungen wird die Frage sein, wie ökologisch wird in der nächsten Legislaturperiode entschieden und welche Entscheidungen werden getroffen in Bezug auf den Zusammenhalt der Gesellschaft. Ich sage es mal von außen betrachtet, mache ich mir natürlich besonders Sorgen, dass dieses Bundesland Nordrhein-Westfalen, in dem ich nicht nur Stammgast bin, gerade auf der Zeche Zollverein bin ich schon ziemlich häufig gewesen. Und das ist ja nicht nur so ein beeindruckendes Industriedenkmal, sondern es ist ja vor allen Dingen ein Ausweis dafür, wie Transformation gelingen kann. Und insofern ist das schon ein Thema, was uns, was mich auch sehr beschäftigt, also die Vorstellung, dass in NRW eine marktradikale Partei an die Regierung kommen könne, mit einem Spitzenkandidaten, der dann nichts anderes möchte, als nach Berlin zu entfleuchen, die die Studiengebühren wieder einführen wollen, die Elitegymnasien wollen, die auch finden, dass das mit der Atomkraft vielleicht doch eine ganz gute Idee wäre. Das ist für mich so ein Zurück in die Vergangenheit, wo ich wirklich sage, da lohnt es sich ganz besonders zu kämpfen in diesem Bundesland. Und das macht uns auch in der Tat große Sorgen. Ich will gern zum Kohleausstieg kommen, weil das ja eine in vielerlei Hinsicht entscheidende Frage ist, wenn man das Klimaabkommen von Paris in irgendeiner Weise erfüllen will, dann muss man den Kohleausstieg durchführen. Man muss ihn so durchführen, das steht auch in unserem Beschluss, dass natürlich dabei nicht rauskommt, man macht einerseits den Kohleausstieg, andererseits fallen viele Arbeitsplätze weg. Deswegen ist das Thema Transformation dabei so wichtig. Aber es geht eben auch um die Zukunft unserer Kinder und Enkel. Und es geht auch darum, ob wir jetzt mit der Transformation anfangen, ob wir sie jetzt gestalten oder ob später das von außen passiert. Und wenn man Arbeitsplätze erhalten will, dann muss man jetzt damit anfangen. Und zwar in dieser Phase. Und zwar damit, dass man zunächst mal wirklich die dreckigsten Kohlekraftwerksmeiler abschaltet. Das sind 20 Stück in Deutschland. Und bei diesen 20 Stück muss man sehr schnell und sofort sagen, die müssen weg, die müssen abgeschaltet werden. Einige davon sind in Nordrhein-Westfalen. Einer der dreckigsten ist in Jensschwalde. Das ist in Brandenburg. Das kennen diejenigen, die in Berlin arbeiten, so wie ich als Thüringerin. Aber es sind eben auch eine ganze Reihe dieser dreckigsten Kraftwerksblöcke in Nordrhein-Westfalen. Und deswegen ist da das Zusammenspiel dessen, was wir auf Bundesebene erreichen wollen und dessen, was wir auf Landesebene erreichen wollen, sehr nah beieinander. Ich würde gerne den Ball da genau aufnehmen. Wir haben im rheinischen Revier einige neue Kraftwerke, die BOA-Kraftwerke. Die meinen wir dabei nicht. Aber alle anderen oder viele anderen, die im rheinischen Revier sind, gehören zu den dreckigsten Schleudern und auch zu denjenigen, die relativ geringe elektrische Kapazität bieten, bei gleichzeitig hohem Braunkohleausstoß. Eins ist völlig klar. Die Klimaziele werden nicht erreichbar sein, wenn die Braunkohle nicht zügig abgewickelt wird. Aber, und das ist der zweite Punkt, den Frau Göring-Eckardt richtig gesagt hat, ist, dass wir jetzt Planungssicherheit brauchen. Und deswegen weise ich darauf hin, dass wir mit dem Beschluss zu dem Garzweiler-Braunkohleplan nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch die richtigen Weichen gestellt haben, weil wir gesagt haben, wo die Grenze ist, wo die Abbaugrenze ist und dass jetzt man sich auch das RWE darauf einstellen kann, wo es lang geht. Also beispielsweise die Kraftwerke in Frimmersdorf, in Neurath oder in Niederausen gehören mit Sicherheit zu denjenigen, die erhebliche Verschmutzungen produzieren und zügig abgewickelt werden können. Ich will auf eine Schwierigkeit auch hinweisen. Mittlerweile ist es ja so, die gehören ja auch zu den Reserve, zu der sogenannten Energiereserve. Und man kann in Ostdeutschland jetzt schon beobachten, dass Kraftwerke offensichtlich gekauft werden, um damit dem Ausstieg auch noch Geld zu verdienen. Andererseits, wir müssen diesen Ausstieg beschreiben und er hat auch schon angefangen, also der Ausstieg hat angefangen. Wer ihn nicht beschreibt, das will ich sehr klar sagen, der wird zu Strukturbrüchen führen. Der wird nämlich dann in 20 Jahren dazu führen, dass Ad-hoc-Entscheidungen getroffen werden, dass die Leute eben keine Anschlussperspektive für neue Arbeitsplätze haben, dass die ganzen Flächen im rheinischen Revier nicht für Zukunftsinvestitionen genutzt werden können. Also der Kohleausstieg hat längst begonnen, hat mit Rot-Grün begonnen und der würde in Gefahr kommen, wenn Rot-Grün hier nicht fortgeführt würde. Dazu gibt es den Beschluss, der auch ausgeteilt worden ist. Darüber könnte man im Anschluss dann auch noch reden. Ich möchte auf einen zweiten Beschluss hinweisen. Wir haben uns und zwar einvernehmlich und sehr schnell über die Frage Abschiebung nach Afghanistan auch unterhalten. Und wir sind uns einig, dass das, was in dem UNHCR-Bericht drinsteht, nicht einfach ignoriert werden kann. Ich würde gerne den Beschluss einmal wörtlich vorlesen, den wir gefasst haben, und zwar einvernehmlich alle Bundesländer, die Bundestagsfraktionen und auch die Europafraktionen. Wir fordern den Bundesaußenminister auf, das Rückführungsabkommen mit der Islamischen Republik Afghanistan auszusetzen, da die Sicherheitslage in Afghanistan laut UNHCR-Bericht in höchstem Maße prekär ist. Abschiebungen sind in dieser Situation nicht zu verantworten. Und ich will Ihnen auch sehr klar sagen, da muss sich jetzt der Bundesaußenminister auch mit befassen. Wenn die Sozialdemokratische Partei der Auffassung ist, dass Afghanistan sicher ist, dann soll sie es bitteschön auch laut und deutlich sagen und die Verantwortung dafür tragen, dass Menschen in diese Gebiete abgeschoben werden sollen. Der Bundesaußenminister kann das Rückführungsabkommen aussetzen. Wir halten das für richtig und wir fordern ihn ausdrücklich dazu auf und sind uns da völlig einig, innerhalb der grünen Fraktionsfamilie und der Ball liegt sehr eindeutig, bei der Bundesregierung hier zu handeln. Die Substitution über die Landesinnenminister war ja immer nur der Weg, das, was human richtig ist oder humanistisch richtig ist, irgendwie auf dem zweiten Weg durchzusetzen. Die Bundesregierung ist gefragt, sie muss erklären, wie die Sicherheitslage ist. Wir halten sie für prekär und Abschiebungen sind nicht zu verantworten. Deswegen muss Herr Gabriel handeln und auch Herr Schulz als Vorsitzender der Partei soll sich in dieser Sachlage sehr eindeutig bekennen. Und ich mache dann gerne weiter, auch von mir einen schönen guten Tag. Dazu passt ja auch, das zeigt, wie gut wir uns abstimmen, dass Ministerpräsident Kretschmann auch im Namen der stellvertretenden Regierungschefs, also auch in meinem Namen, die Bundesregierung und den Bundesaußenminister angeschrieben hatte. Die Antworten, die wir dazu bekommen haben, haben uns nicht zufriedengestellt. Und deswegen ist es gut, dass die Fraktionsvorsitzendenkonferenz hier nochmal den Druck auf die Bundesregierung erhöht. Ich komme noch zu einem anderen Thema. Frau Göring-Eckardt hat es gesagt, die Grünen sind einerseits die treibende ökologische Kraft in diesem Land, weil wir damit auch ökonomische Innovationen uns versprechen. Die Grünen sind aber auch die Partei, die den Zusammenhalt stärkt. Deswegen freue ich mich, dass ich gleich noch zu Gast bin in der Fraktionsvorsitzendenkonferenz, um über unsere Anstrengungen beim Thema Integration zu berichten, mit unseren kommunalen Integrationszentren und vielem mehr. Da sind wir wirklich Vorreiter in Deutschland. Da wissen wir auch, dass ostdeutsche Länder Mangelsnotwendigkeit auch solche Strukturen gar nicht kennen. Wir sind Einwanderungsland und haben uns immer als Einwanderungsland verstanden hier in Nordrhein-Westfalen und das ist gut und das ist erfreulicherweise auch sehr, sehr breit getragen und da tauschen wir uns gleich noch aus. Zum Thema Zusammenhalt zählt aber auch der Zusammenhalt in Europa und zählt auch, dass Grüne wollen, dass Europa gestärkt wird und dass nicht Grenzzäune hochgezogen werden. Und deswegen ist es eigentlich eine bittere Gleichzeitigkeit, dass wir morgen den 60. Geburtstag der römischen Verträge feiern, der Geburtsstunde Europas, schön im gleichen Jahr auch Geburtstag zu haben und geboren zu sein und 60 Jahre alt zu werden. Und es ist wirklich kein gutes Geburtstagsgeschenk, was die Große Koalition den Geburtstagskind Europa gemacht hat mit dem heutigen Tage, nämlich diese Maut zu beschließen, die nicht nur bürokratischer Schwachsinn ist, deren Erträge in den Sternen stehen, die letztlich die Durchsetzung eines CSU-Prestigeprojekts bedeutet, von der niemand sonst überzeugt ist. Damit hat die Große Koalition Europa keinen Gefallen getan, weil diese Maut insbesondere in den Grenzregionen europafeindlich ist. Das will ich so ausdrücklich sagen. Und deswegen haben wir heute im Bundestag, haben die Grünen natürlich dagegen gestimmt und die Fahne hochgehalten. Und parallel dazu haben Rainer Priggen, Gisela Nacken, Grüne von vor Ort und ich symbolisch gerade in der Aachener Grenzregion einen Schlagbaum vorgehalten und hingehalten, um das deutlich zu machen, dass das ein ganz schlechtes Signal für Europa ist. Unsere Grenzregion lebt davon, dass Menschen sich schnell begegnen können, dass es keine Gebühren zu zahlen gibt, wenn man über die Grenzen geht, sondern dass es ein Ausdruck guter Nachbarschaft ist, dass wir uns hier nicht gegenseitig Zäune oder Schlagbäume oder Gebühren abkassieren. Es ist auch kein gutes Zeichen, dass sich einer, der für Europa steht, wie das Martin Schulz sicher tut, dass er sich in diese Frage so gut wie gar nicht eingebracht hat, um das noch verhindern zu können. Als neuer Parteivorsitzender ist ja dann Koalitionsausschüssen eher ferngeblieben. Wir kämpfen dann immerhin noch mal für Veränderungen, wenn wir uns zusammensetzen. Ich will hier auch ganz deutlich sagen, die Grünen in Nordrhein-Westfalen und auch unsere Regierungsmitglieder werden nächste Woche im Kabinett sehr dafür streiten und sehr dafür werben, dass wir auch den Vermittlungsausschuss anrufen, um hier die Beschlüsse des Bundesrates, die ja gefasst sind in der letzten Sitzung und die noch mal die Probleme für die Grenzregionen aufgezeigt haben, im Einvernehmen auch mit dem Saarland und mit Niedersachsen, dass wir das im Vermittlungsverfahren noch mal zur Sprache bringen. Und ich hoffe, dass wir eine Mehrheit zustande bekommen, in dieses VA-Verfahren zu gehen. Und da ist natürlich auch die NRW-SPD gefordert. Wir haben entsprechende Parlamentsbeschlüsse auch dazu zur Maut hier in Nordrhein-Westfalen. Und ich denke auch, dass unsere Ministerpräsidentin da der Parole folgen sollte. Erst kommt das Land und dann kommt die Partei. Und diesen Appell möchte ich heute auch ausdrücklich loswerden.